Die Polizei einmal hinten hoch. Wir müssen die Lage kontrollieren. Richtig. Mega-Kontrolle. Oh scheiße. Oh mein Gott. Alter. Ich laufe das raus hier. Was tust du? Aufstehen. Und dann? Aufstehen und Hände hoch. Klar. Fick dich, Alter. Oh mein Gott. Du liegst, eine falsche Bewegung noch und du liegst im Dreck, Miststück. Leider setzt die Dame jetzt erstmal vorsichtig in den Handschellen. Kannst nicht mal. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ach so. Aber ich habe euch, oder was? Aufstehen jetzt, Hände hoch. Und eine falsche Bewegung und es gibt den Knüppel. Verstanden? Klar. Alles andere kannst du eh nicht umgehen. Auf jeden Fall als rosa und ein hässlicher Auto. Bäh. Ich mache mal den Spiegel ab. Kaputt. Hässlich aus. Den Spiegel meinte ich nicht. Und wohl unsere alten Jungs. Also wollen die auf jeden Fall seinen Kopf. 20.000, Alter. Kohle will ich. Oh mein Gott. Alter. Pop rechts verlängert. Erst nach links gucken, dann nach rechts gucken. Dann auf die Straße rausfahren. Alter. Und mein Kampfanzug vom Dojo soll zeigen, dass es mit mir nicht zu spaßen ist, auch wenn ich keine Waffe in der Hand habe. Hihaha. Sag man das so? Das war Cowboy oder so. Hihaha. Ich glaube, sagt man das. Alter, sagt man das so. Ja, ja. Genau so sagt man das. Hihaha. Okay. Hey, mein Schlüssel passt nicht mehr. Kannst du aufmachen. Das ist nicht der Brie. Alter. Was? Ey, Mädchen. Oder? Oh fuck. Oh mein Gott. Oh Gott. Rauchst du von wieder AC? Nee. Sicher? Äh, Tee, du schuldest mir übrigens. Ey, Hoop, sei froh, dass ich schwimmt. Oh mein Gott. Ah. Oh. Ach, du Scheiße, Alter. Nicht der Ernste. Au. Was ist das hier? Ach, Mann. Ach. Fuck, Alter. Ich fahre wieder mit dir, Cherise. Ich hab gesagt, fahre wieder mit dir. Ja, was ist das denn jetzt meine Schuld, wenn die gegen den Verkehr fährt wie so ein Behindertes? Au. Wo ist die Mode hin? Hä, haben die geklaut? Was? Ja, motherfucker. Alter, was ist mit euch? Hey, kommt zurück, das ist Hope und LC. Was ist mit euch? Ja, wir dachten, jemand benutzt die Mule ungefragt und wir wollten die Bleche jetzt hochnehmen. Er rastet komplett aus und sagt, fickt euch doch, euer fucking Gänz. Die lachen. Ach, scheiße, jetzt geht es schlafen. Ach, ja, ernst. Ja, kommt zurück. Nee, die sind, das ist Hope und... Ich wollte nur sagen, man hat euch übrigens im Busch gesehen. Okay. Ja, weil du ja... Verwechselst wurdest mit JD, ne? Okay. Der wird gesucht, weil er anscheinend ein neues Blatt-Set aufmachen will. Ich habe versucht, mich gerade zusammenzureißen und du gehst auch so ab, ey. Ich habe versucht, mich gerade zusammenzureißen. Danke für's. Danke für's. Danke für's. Go to Hope, hä? Ey, was machst du denn, Hope? Jetzt sind wir den guten Auftritt im Ding, aber zu leicht vermasselt. Also, die Zähne. Au! Ey, was machst du denn, Hope? Ich bin über... Ich bin... Au! Ich bin, ähm... Irgendwie über dieses Ding da unten, da... Keine Ahnung, gestoppert. Du meinst, so diese... Irne? ...über diese Steine, die quasi komplett plassen. Nee, diese Rille. Alter, Hope, wie das hier gut? Geht auch nicht. Wie du umgeklatscht bist, holy! Tee? Tee? Tee, lass mich nicht allein! Tee! Tee, das Käsesentwisch greift mich an! Tee? Er ist aufgelaufen. Ah, das hast du nicht gemacht. Tee? Alter, ich mach hier grad was zu essen. Was ist mit dir? F**k dich, Alter. Alter, hast du einen Durchfall? Alter, warum haben wir den gleichen Gedanken? Ich sag dazu einfach gar nichts, ich sag dazu nichts. Alles cool, alles cool. Wir fahren Unfall oder so. Aaaaaahhh! F**k! Aussteigen, Hände hoch! Aussteigen und die Hände hoch! Alter, wir sind doch noch Freunde! So, die Hände nach oben! Die Waffe weg, mit Musik zum Wagen. Welche Waffe? Ja. Jetzt seien sie doch nicht so aggressiv, wir sind Kollegen! Ist also, was ist mit dir? So, die anderen Personen weg hier, entfernen sich bitte von dem Ort. Einmal bitte Anstand nehmen, einmal bitte zurück alle, danke! Oh! Oh! Du hast dich geschubst! Ja klar! Du brauchst Hilfe? Ne Mann! Ne Mann! Eigentlich nicht! Jo, ich hab schon drin! Wie drin? Mit dem Schlauch! Ja! 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 Ich hab nix gesagt! Ja! 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 Ich hab' nie gesagt, wir steuern! Ja! Du heilige Markkrieger! Dass kam Auto ist voll in den einen reingefahren! Ach was! Das war geil! Bis zum nächsten Mal.